Wir versuchen ganz klar zu zeigen, hey, Tanz ist etwas, was für alle geht. Wenn man Musik hört, dann ist es völlig normal und natürlich, dass man sich dazu bewegen möchte. Der heutige Anlass ist ja noch ein Tüpfchen auf Sie. Wichtig sind die vielen, vielen Stunden, wo Sie einfach geübt haben. Das Ganze hat den letzten Herbst angefangen. Auch dort hat man sich schon präsentieren als Sponsor. Plus natürlich die Anlass selber, wo man auch so Möglichkeiten machen kann, wie zum Beispiel ein Auto auf einer Radgletscht-Tuben herzustellen. Das ist etwas Sensationelles. Es ist viel nachhaltiger als wahrscheinlich jedes andere Projekt. Wir haben immer mehr herausgespürt, dass es ein Bedürfnis ist, dass man auch kantonal so einen Tanzanlass hat. Der Z.O. Dance Award ist eine Plattform wirklich für die Schule. Ich denke, für die Kiddies entsteht fast ein kleiner Verein. Dann entwickelt sich etwas mega Positives. Und es war auch schön, zu sehen, wie die Kinder sich gerade zusammengeschmeissen mit dem Tanzen. Das ist ein Event, wo sie fürs Leben werden sich daran erinnern. Wir haben jetzt eine Verdopplung der Gruppe. 29 sind es zuletzt schon und das mal 59. Das ist ein gewaltiger Erfolg und ich hoffe, dass dieser auch so geht. Wir machen's zusammen. Zusammen geben wir Gas. Zusammen auf der Bühne. Zusammen haben wir Spass. Zusammen durch die Kutte. Wir machen's step by step. Der Dance Award ist unser Gewinn.